Du bist Händler bei eBay und möchtest deinen Verkäuferstatus auf Top-Bewertungen bringen, um so den Kunden mehr Vertrauen zu schenken und dementsprechend mehr Umsatz zu erzielen. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Service-Status auf Top-Bewertungen bringst, welche Kriterien du zu erfüllen hast und was du zu beachten musst. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und mehr erfahren möchtest, wie du online erfolgreich verkaufen kannst auf Marktplätzen und so dir ein eigenes Online-Geschäft aufbauen kannst und schlussendlich damit selbstständig wirst, dann abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So Freunde, ja, es geht um den Service-Status. Wie erlangen wir den besten Service-Status bei eBay und wie können wir diesen beibehalten? Welche Kriterien haben wir zu beachten? Das Ganze besprechen wir hier in diesem Video. Vorab gesagt, alle Informationen, die ich hier euch zeige, werde ich wie immer unten in der Beschreibung zur Verfügung stellen. Was ich anmerken möchte ist, ich mache diese ganzen Sachen gerne an meinem Notebook, so dass ihr auch immer was zu sehen habt, was vor dem Schirm habt. Und wenn dir diese Methode gefällt, wie ich das mache, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch. So weiß ich immer, dass es euch gefällt, wie ich das Ganze hier produziere. Ja, kommen wir zu dem Service-Status. Wofür ist dieser Service-Status überhaupt wichtig? Ja, er ist definitiv ein großes Kriterium, beziehungsweise sehr relevant für eure Umsätze, für eure Verkäufe. Denn anhand eures Service-Status bewertet der eBay-Algorithmus, wie eure Artikel, beziehungsweise eure Listings angezeigt werden und wie gut ihr positioniert seid mit euren Produkten. Deshalb ist es wichtig, sehr wichtig, immer den Service-Status im Blick zu behalten und diesen nie außer Acht zu lassen. Fangen wir mal direkt hier an oben. Und zwar seht ihr hier eine neue Information. Für gewerbliche und private Verkäufer hat eBay derzeit vom 20. März bis zum 20. Juli eine Herabstufung geschützt. Das heißt, wenn hier Mängel auftreten und zwar durch die Verzögerung und Unterbrechungen des Service von Dienstleistern, Versanddienstleistern, dann werdet ihr keine Herabstufung bekommen. Das finde ich gut, denn in der Corona-Zeit derzeit kommt es verhäuft zu Bestellungen, die später geliefert werden und dann ist es gut, wenn hier euer Konto geschützt ist. So, dann gehen wir weiter und schauen uns an, welches Service-Status gibt es eigentlich. Es gibt den besten Service-Status, den ihr erlangen könnt, ist der Status Top-Bewertungen. Unterdurchschnittlich bzw. überdurchschnittlich, das sind die zwei anderen. Und hier ist es natürlich gut, wenn man immer den besten Service-Status hat, und zwar Verkäufer mit Top-Bewertungen. Wie bekommen wir diesen? Das sehen wir uns gleich direkt mal an. Der Service-Status wird immer am 20. jeden Monat geprüft und neu bewertet, so dass ihr immer die Chance habt, euch zu verbessern, falls ihr mal nach unten rutscht. So, nach welchen Leistungen wird das Ganze hier bewertet? Und zwar Transaktionsmängelquote wird bewertet, Fälle, die ohne Klärung durch den Verkäufer geschlossen wurden, wird bewertet und Quote der nicht fristgemäß verschickten Artikel. Schauen wir uns das Ganze mal kurz ins Detail an. Transaktionsmängel können auftauchen, wenn ihr Artikel verkauft, die ihr gar nicht habt. Sehr, sehr schlecht bei Ebay. Und zwar ist es so, dass ihr diese Transaktion dann abbrechen müsst und dementsprechend auch ein Vermerk bekommt, dass dieser Artikel von euch abgebrochen wurde, den ihr verkauft habt, den ihr gar nicht gehabt habt. Der nächste Fall ist, der sehr schwerwiegend ist, beziehungsweise schwergewichtig ist für euren Servicestatus, ist natürlich die Klärung, die durch den Verkäufer ohne Einigung mit dem Käufer geschehen ist. Denn hier ist es so, Ebay möchte, dass die Kommunikation in erster Linie zwischen dem Verkäufer und dem Käufer stattfindet und da eine Einigung gefunden wird. Sollte es denn in dem Fall zu keiner Einigung kommen, dann springt Ebay Kundenservice ein und die bewerten das Ganze und entscheiden sich nachher entweder für den Käufer oder für den Verkäufer. In den meisten Fällen wird die Entscheidung natürlich für den Käufer sein, weil hier, wie gesagt, beanstanden die meisten Käufer natürlich nicht ohne Grund und da ist es meistens so, dass man da ein bisschen als Verkäufer den Kürzeren zieht. Deshalb achtet darauf, dass ihr immer eine Einigung findet und so diesen Mangel umgeht. Quote der nicht fristgemäß verschickte Artikel. Selbsterklärend, ihr müsst die Versandzeit einhalten, die ihr in euren Angeboten natürlich bestimmt habt und wenn ihr diese nicht einhaltet, dann kann es natürlich schnell zu einer Fehlerquote kommen, die nicht mal durch den Käufer produziert wurde, sondern durch das Ebay-System. Denn das Ebay-System merkt, wann ihr euren Artikel verschickt habt, wenn ihr die Sendungsnummer hochgeladen habt und anhand dieser merkt das Ebay-System, dass ihr den Artikel beispielsweise eins oder zwei Tage später verschickt habt, als ihr es eigentlich musstet und so wird automatisch eine Fehlerquote beziehungsweise eine Mangelquote verzeichnet in eurem Profil. Und das drückt natürlich auf euren Service-Status. Schauen wir uns als nächstes an, wie bekommen wir denn jetzt einen Service-Status mit Top-Bewertung. Diese Kriterien sind zu erfüllen, die seht ihr hier, das sind vier Punkte. In erster Linie müsst ihr ein gewerbliches Konto haben, was länger als 90 Tage aktiv ist und mit dem Sitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz ist. Des Weiteren müsst ihr in den letzten zwölf Monaten mehr als 100 Transaktionen haben und mehr als 1.000 Euro Umsatz erwirtschaftet haben. Und das Ganze auch natürlich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Des Weiteren ist natürlich sehr wichtig, dass ihr die Ebay-Grundsätze zum professionellen Verkäufer einhaltet. Die werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken. Es ist jetzt nichts Großartiges, das sind nur die Standardsachen. Also eigentlich sollte man sich daran halten können. Und das ist aber auch ein Punkt, um den Service-Status Top-Bewertung zu erlangen. Und des Weiteren, was wir schon besprochen haben, die Mängelquoten, die drei Mängelquoten, die wir angesprochen haben, die gilt es einzuhalten. Schauen wir uns das Ganze mal ins Detail an. Die Mängelquoten werden immer prozentual zu euren Transaktionen bewertet. Und ihr seht, dass hier welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um diese Quote einzuhalten. Das Ganze zeige ich euch am besten an meinem Bewertungsprofil, in meinem Service-Status, wo ihr das Ganze ein bisschen detailliert sehen könnt und besser verständlich ist. Hier seht ihr meinen Service-Status. Und zwar habe ich den Service-Status Top-Bewertung, wie man sehen kann. Der aktuelle Service-Status wird hier bewertet. Und natürlich der zweite Service-Status, das seht ihr hier. Bei dem aktuellen Bewertungs-Status werde ich am 20. Juni wieder Top-Bewertung haben. Schauen wir uns mal die Mängelquoten im Detail an. Und zwar wird das hier an einer Skala bewertet. Und zwar, ihr dürft nicht mehr als 0,5% von allen Transaktionen Mängel erhalten, sonst rutscht ihr in den überdurchschnittlichen Bereich und dann schlussendlich bei mehr als 2% in den unterdurchschnittlichen Bereich. Das ist sehr gravierend, da rein zu rutschen, denn so werdet ihr dann kaum Verkäufe machen, aufgrund dessen, weil ihr dann keine Position mehr habt in den Listings und da ist es schwer wieder, sich nach oben zu arbeiten. Deshalb immer den Service-Status im Auge behalten, um so diesen zu entgehen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier von 1645 Transaktionen einen Mangel und dieser ergibt im Verhältnis 0,06%. Also ich habe da definitiv noch Luft, bis ich hier in den überdurchschnittlichen Bereich rutsche. Demnach bleibe ich hier in der Top-Bewertung. Das Ganze sieht bei den anderen wie folgt aus. Wir haben hier die Quote nicht fristgemäß verschickter Artikel. Da bin ich bei 0%. Ich verschicke meinen Artikel regelmäßig. Dementsprechend sieht das Ganze hier sehr gut aus, wobei ihr hier auch bis 3% euch erlauben dürft. Und des Weiteren haben wir hier den schwerwiegendsten Fall, natürlich wie ich schon angesprochen habe. Die Fälle, die ohne Klärung durch den Verkäufer geschlossen worden sind, dürft ihr nicht mehr als 0,3% haben von euren ganzen Transaktionen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch einen Eintrag an Mangel und 0,06% macht dieser hier aus. Da sehe ich auch, dass ich hier noch ein bisschen Luft habe. Sollte man natürlich nicht riskieren, weil hier gelangt man direkt in den unterdurchschnittlichen Bereich, was natürlich nicht so schön ist. Ja, soviel zu meinem Service-Status. Ihr habt gesehen, wie das hier bewertet wird. Und das sollte man auf jeden Fall auch einhalten, um den Top-Bewertungs-Status auch beizubehalten. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie können wir in den unterdurchschnittlichen Bereich fallen. Und ja, wie wir es besprochen haben, wenn man diese prozentualen Verhältnisse in der Skala nicht einhält, im Verhältnis zu den ganzen Transaktionen, die ihr habt bei Ebay, dann fallt ihr natürlich in den unterdurchschnittlichen Bereich. Und das solltet ihr definitiv vermeiden. Gehen wir noch kurz auf die Verkäuferbewertungen ein. Und zwar sind das die Bewertungen, die ihr als Sterne in eurem Profil seht. Der Kunde bewertet immer die Artikelbeschreibung, die Kommunikation mit euch, die Versandzeit und die Kosten für Versand und Verpackung. Wenn ihr die Kosten für Versand und Verpackung mit im Preis kalkuliert, was ich euch empfehle, und dem Kunden so gesagt einen kostenlosen Versand anbietet, dann bekommt ihr hier schon mal immer die 5 Sterne automatisch von Ebay. Die anderen Sachen sind natürlich abhängig von dem Kunden selbst. Wie genau der Kunde euch bewertet, ist hier natürlich auf eure Leistung abzuwägen. Versucht euren Service-Status und euer Bewertungsprofil immer gut im Blick zu behalten, um so natürlich gut und erfolgreich bei Ebay zu verkaufen und gute Umsätze zu erzielen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und hilfreich war, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Im nächsten Video würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Da geht es nämlich um das Thema Ebay+. Ich zeige euch, wie ihr bei Ebay und Ebay anbieten könnt, um so noch mehr Kunden anzuziehen. Und da freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkaufen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.